Hey, ich hatte heute eine richtig gute Panzerrunde und die wollte ich euch halt mal zeigen. Viel Spaß! Achso, ja, das ist jetzt nur ein kleiner Clip, der vorher war. Bin ich ziemlich gut fand, weil der Luftabwehrpanzer ist halt übertrieben gut gegen Infanterien. Viel Spaß! Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt zu der eigenen Runde durchsetzen, warte Sichert alle Ziele in einem Sektor und rückt dann zum nächsten vor Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Das war's für heute. Was ist das? 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 euer befehl lautet den nächsten sektoren zu greifen ja 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 5 ja 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 Was ist das? Das war's. Wir haben Ziel Anton erobert. Das war's. 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 Scheiße.